Hallo und einen wunderschönen Tag meine Freunde und willkommen zu einem recht speziellen Infovideo, wo ich ein paar Sachen klären will Leute. Und es ist wirklich nicht lang, also würde ich euch bitten, wenn ihr dranbleiben würdet, weil es ist infomatisch, wenn ihr versteht was ich meine. Es ist halt, ne informativ ist es wirklich. Und ich wollte jetzt ein paar Sachen noch ansprechen, aber ich glaube so ist es besser. Ja genau, Entschuldigung gerade, äh so. Und zwar wollte ich ansprechen, dass ich heute leider nur ein Video machen kann und das ist ein COC Video, denn ich will ihn noch im CW angreifen. Wir sind jetzt hier kurz vorm CW gegen einen Level 6er Clan, Level 5, also es gibt keinen wirklich großen Unterschiede. Und ja, wir sind hart dabei, wollen alles geben und das zum Clan Krieg. Ich habe ja schon die Truppskis hier fertig, keine, ja ich weiß, egal so. Und ich wollte noch sagen, Leute, dieser Clan, äh, besser gesagt, dieser Kanal ist wirklich neu. Das heißt, vom einen bis zum anderen Tag könnte sich alles ändern und wir könnten das Ganze optimieren. Und dazu brauche ich eure Hilfe, Leute. Ich habe jetzt momentan schon ein paar Leute hier zusammen bekommen, die wirklich miteinander gut kommentieren. Keine Ahnung, es ist sehr schön sowas zu sehen, es begeistert mich immer wieder, ja. Ja, und ich brauche eure Hilfe. Und zwar sagt mir mal in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, einfach nur raus damit, ich beantworte sie. Egal was, ich bin bereit, einfach, einfach sagen und ich werde antworten. Nicht nur bei den Fragen, ihr solltet auch, äh, wenn ihr wollt, könnt ihr Vorschläge, wenn ihr irgendwas haben wollt. Ich habe ja schon ein paar, paar Vorschläge hier aufgeschrieben von Kommentaren und, äh, nochmal danke dafür. Wirklich hammer, äh, nice, Leute. Ich bin wirklich sehr froh. Und, ja, soviel dazu. Schreibt mir etwas, dass der Clan etwas besser wird. Ich habe jetzt, äh, im Hintergrund COC laufen, weil es einfach atmosphärisch schön ist, hier so sein kleines Dörfchen anzugucken. Ähm, was gibt es eigentlich noch zu sagen? Ah ja, genau, wenn ihr wohl wissen wollt, mit was ich aufnehme, könnt ihr es sehen, da steht, oben steht es www.bandicamp.com. Ähm, das ist, äh, die offizielle Webseite von diesem Aufnahmeprogramm. Es heißt halt Bandicamp und es ist ein gutes Aufnahmeprogramm, Leute, wenn ihr irgendwie Interesse habt. Ähm, ja, soviel dazu. Das Video, äh, wurde jetzt auch wirklich, naja, ist spontan gemacht. Äh, glaub so zwei Minuten, ich weiß gar nicht, irgendwie, wie dem auch sei. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt, ja, zugehört habt. Und ich hoffe, dass es euch wirklich jetzt hier irgendwie, ähm, am Herzen getroffen hat und, keine Ahnung, Hilft mir, teilt das, ähm, teilt das Video, wenn ihr wollt und, äh, teilt es euren Freunden, äh, mit, dass ihr halt diesen Kanal guckt, vielleicht wollen die auch was, da können wir zusammen eine Community aufbauen, Leute. Am Anfang ist es immer schwer. Am Anfang ist es immer schwer. Und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, es geht alles noch. Ich bleibe optimistisch und ich hätte auch nicht angefangen, wenn ich nicht optimistisch bleiben, ähm, wollte, wie gesagt, oder hätte ich nicht weitergemacht, wäre ich nicht optimistisch drauf. Ich habe hier die große Pause und ich freue mich einfach so über dermaßen, dass ich hier eine, äh, schon eine Community habe und, ja, Leute, ich freue mich, bedanke mich fürs Zuhören und... Danke, Leute, erlaubt dann. Tschüss.